Hallo. Das ist eine Strenge. Das ist eine Strenge, weil man sich hingestellt hat, dass es eben geht. Wo ist sie denn? Hat sie zuviel gerettet? Da sieht man, wie schnell das geht, wenn man blau wird. Wir haben die Bananen gehabt und sie keine. Das ist kein Nachrichtteil, aber doch. Jetzt bleibe ich da stehen und roste hier. Machen wir mal das schönste Panorama. Da hinten oben geht's auch. Wird die halbe sein. Ja, ja. Weit ist es nicht mehr. Weit ist es nicht mehr. Auch ein bisschen müde. Ist es glatt los, der Foggen? Ja. Das Losfoggen ist schwer. Gute Eber. Ja. Jetzt einmal wieder roste, Irene. Irgendwann hört es nicht so, da weigert es nur weiter. Leid so viel zu dir wie ein Stückchen. Ist ja fast steiler da als unten. Das ist aber, wenn du zu Fuß gehörst. Denkst du, ja. Nein, das ist nicht da. Aber bravo, Irene. Komplimente, ja. Das gehört nachher in die Oberschenkel.